ein ne du noch nicht ne du doch nicht ich so ist das geschmeidig bleibt geschmeidig toll ist es jetzt lebst du geschuld was ist bei holzschlepps alles soll so unser häuschen hat schon drei etagen mittlerweile was ist denn das wie das ding aussieht ja also gucken euch das boah an oh schon wieder falsch gebaut eieieieieiei was soll das nix kann er so ist es gut schon wieder hast du es falsch gebaut schon wieder hast du jetzt die kohle auch noch geholt ich habe doch noch kohle gerade durch die ich brauche die kohle für fach die über die kohle sie ist das wieso wieso hast du es ne ne Kevin die Priorität ist jetzt. Das Glas bleibt stehen, das ist der Grund stehen. Alles bleibt hier so, wie es ist. Halt, Stopp! So. Ich hab's auch gewusst, ich hab's falsch gemacht. Nichts macht er richtig, gar nichts. Mensch, Mensch, Annick. Oh, was soll ich das? So is that's schön. Ne. Wieder verbaut. Was tragen, was ist dann? Ah. Hallo. Hi. Okay. Ich muss dann versuchen, dass ich irgendwie um das Glas herumkomme. Das will der bei mir. Wer dann? Wieso? Slash. Wo ist denn die Werbung? Ach so, so ist die Werbung. Okay, Bruchstein. Nein. Ich will, dass der sich zu mir portet. Was will der denn von mir? Vielleicht ist er ein Fan. Was weiß ich. Hä? Dieser Chat ist viel zu bunt. Warum? WIP Plus, WIP, Mod, Admin, was weiß ich alles. Vor allem, ich schreibe einfach in blau. Wo? Ja, das können ja Admins. Ja, vor allem nur blau. Äh, blau können nur Admins, ja. Weil auch VIP Plus vor dem Stand. Was ist denn das? Wie das hier aussieht? Alter Junge, du machst mich fährt. Hier, du rufst jetzt so Koppel auf der Bottom zu bauen. Alter. Was, was soll denn das? Was, was wird denn das? Mensch, hier. Guck mal. Überlemo. Hier ist der Spawnpunkt. Hier. Da. Nein, da. Wie da? Hier auf dem Grund stehen, du Jockel. Hier muss frei bleiben. Oh, dann muss ich das Ganze jetzt noch einst weiter sitzen, oder was? Ja, muss. Mann. Ich weiß, ich setze irgendwo anders hin. Ja, wo denn? Oh, die Bauern fahren. Nee, du kannst aber eigentlich an den Mob Tower bauen. Okay. Aber baust bitte so, dass es einigermaßen gut aussieht. Das ist jetzt fertig. Ja, ich wollte ja jetzt hier mal einstellen. Aber da ist nicht so einfach so, wenn es auf dem Baustraube aus drauf nimmt. Ja, du musst. Oh, dann kannst du. Oh, dann kannst du. Oh, Junge. Wenn, mach es richtig. Ich hab' das richtig. Einapor-schweißer als Koppelbaum. Hier hat dich nicht gesagt. Doch, wenn du mit mir zurückkommen Numberone. Ja, ich hab' das ja auch so. Du bist jetzt da. Oh, ja. die holz b wenn er so weiter macht schon ich kann nichts mehr verband ich möchte wo wir nicht verbrannt jetzt lassen wir schon kurz sein zertbruch geht mit schwer traurige Koppel für die Scheißkisch geguckt die Koppel ich will nur besserer Bauer der konnte viel schneller fahren es ist mir egal wie schnell ich verabredet den Wert von mir immer auf Kau ich lasse das Wort über dem Morgen laufe und ja dann hab ich Koppel äh wie dann? ja klick wie? wirst du schon Hacker oder was? ja ich bin Hacker, nein nix Hacker nein ich mach das so, mach das so oder vielleicht oh bitte stunden zwei lang ich geh da hin, stell mich vorne dran und läd zum Beispiel Messer oder Schraubezieher auf mein Maustruf dass die beschwert ist und dann hab ich da Inventory Tweaks drin dass die Items automatisch neu rutschen oder wenn ich jetzt derzeit Ken's drin Mensch ich verbau mich die ganze Zeit weil du in der Endspunkt 8 spielst ja weil ich halt jetzt Endspunkt 8 an das wär ein Jocker Skin das wär doch Kenner Skin weil Endspunkt 8 ein bisschen behindert ist und dass uns ein Skyblock hier eh nix bringt es wir wechsel ich vielleicht nur auf die Endspunkt 7 oh hier könnte man das herbe oh er ist warm holzfam Oleg eh Oleg Wunder des Jahres 100 tausend Millionen ne Eiei ich hatte auch noch Stone ja gut dann lese in der Oferen hä Stone fertiges Zeug du Jockel ach so ja dann ja das bläst du die Kirche aus ach du Arsch ach Schuhe zu Börscht gesorgt Jockel wie lange wird die Folge ich bin ein paar Stunden oder so also Stunden oder zwei Ufnämme und Wüstern schneidet Ero und um das zu viel Holz viel Holz du kannst wieder kommen wenn du drei Stecks Sarsch vorher lass ich dich nämlich aus der Baumfarm raus so das hast du jetzt ja doch guck kommst du mir raus so das ist jetzt ne ich brauch auch was zu essen du hast hier Äpfel ne ich bin jetzt kein Äpfel ich bin Melone ich geb da Melone da ich 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 ne das ist ich doch nicht nur stehen wann haben ich hab's schon wieder hingebaut ja weh du haust nochmal ab ich hab auch noch nicht ab ja gut weil I'm watching you ne geh mal als man sollst wurde gefahren nö was nö 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 cu nö da ist so ein bisschen ja sie ist einmal ganz ausgewachsen richtig G subtitle so zu estauske schnitt nö nö 8 weit nicht sost bei für mich ist das viel, für Kleiner unbedeutender Kevin ist das viel. Äh, da haben wir auch noch ein paar Potados. Äh, richtig nice. Äh, so. Butz. Butz. Äh. Was? Was? Ich bin ausgewüxt. Ne, 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 wo ist er hin? Komm her. Welche ich finde, ich schmeiß dich runter. Ich hab' ne, 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 Leitern mitgeprungen, oder? Hä? Was? Ja. Ganz Sinn. Ja. Die benutzen wir gerade mal nochmal um die Tierfarm noch ein bisschen weiter zu verziehen. Das ist schnell mich super. So, du hast mal fertig. Ich kann dir Holz kennen. Ich bin mit dem Holzfarm fertig. Asch3,6. Ja. Ja? Einmal lieber 5. Wenn das für dich zu schnell ging. So, 3,6, für mich was anderes, aber gut. Ich brauche, äh, gestehen. Was mit dem Städte? Oh, guck. Guck mal, guck. Ich hab nix rausgeholt. Nee, ich brauche, die Städte, wo ich mal gerne wollte. Ich wollte nix, ich brauche, die Städte ist aus. So, ich. Ich wollte nur sagen, dass ich stehen kann. Aber du die nicht krieg. Elche Kartoffel, komm, erzähl uns ein Grumbier. Grumbier. Da, komm, Grumbier-Prohle. So, jetzt. Ich hab auch keinen Hunger. Und dann rennen. Boah.